Wow, da ist gleich noch eine Nebenmission ernsthaft. Ich habe noch nicht gewusst, aber ich habe noch nicht gewusst. Du hast es auch noch eine Kokos-Wertfläche gewonnen. Wenn man einen Moment anfängt, dann ist das Wagen. Ich habe einen Wagen und eine Wagen bekommen, aber... ... das Wagen zu haben, wie viele Gäste erwähnt. Die Wagen sind so eines Wagen. Aber ich habe mich nicht mehr überrascht. Was hast du... ... die Wagen? Ich habe gerade einen Schuss mit einem anderen Besuch. Ich habe auch einen Schuss mit dem Schuss. Wenn du eine Verbrauchstelle was, dann weiß ich was. Ich bin ja. Ich habe ihn auf sich verletzt. Und jetzt, wenn ich mich nicht mit meinem Gehirn verletze, so will ich es dir nicht mehr wissen, ob ich etwas, was ich verstehe. Ich bin mir nicht mehr, wenn ich weiß, was ich nicht so sagen. Ich weiß nicht, ob ich das nicht so zu verletze. Ich habe mir nicht mehr versucht, was ich nicht so zu schützen. Man kann mich nicht mehr, wenn ich mir was. Der Mann und der Mann und der Mann war ein Mann und der Mann. Aber er hat sich verletzelt, dass die beiden verletzten. Er hat sich verletzelt, und er hat sich verletzelt, und er hat sich verletzelt. Ich finde, dass du zwei Schäden verletzelt. Ich denke, dass du sie nicht verletzelt. Das war's für heute, was ich hier in der Nähe des Hauses gekommen ist. Ich danke dir. Das ist eine Frau. Wir haben noch so viele Eispiele gefunden. Ich bin jetzt ein guter Wettbewerb. Ich weiß es nicht, was ich da? Ich bin jetzt ein ganzes Buss. Was ist das? Ein Geräusch? Was ist das? 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 Wohl? Ich habe mich nicht verletzt. Ich habe mich verletzt. Ich habe mich verletzt. Meine Frau und meine Frau haben sie verletzt. Und ich habe mich nur die魂 zurückgezogen. Meine Frau hat mich wirklich verletzt. Diese Entscheidung ist auch für sie. Ich habe mich für ihre Kinder gezwungen. Was ist das? Ähm, bitte was? Oh mein Gott! Oh nein, wa? Ich hab nicht mal Pfeile! Oh nein! Ich hab dich in die Nähe von K.K. getrennt, sind alle Aktionen für die virtuellen Energien nötig? Ja, komm, das weiß ich doch. Oh mein Gott! Oh mein Gott... Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ja, wir haben K.K. befreit. Das war ja gar nicht mal so schwer. Das war ja ziemlich easy. Ach ja, Decke für die Tür, damit die Tür nicht friert, ne? Das war's für heute. Was zum... Attack on Titan oder was? Das war's für heute. Das war's für heute. Wir haben jetzt ein Kristall. Wir haben den einen eigentlich endgültig besiegt, obwohl der hat uns Faker geklaut, aber haben wir den dann endgültig besiegt? Das weiß ich gar nicht mehr. Oder kommt noch der... Der kommt bestimmt noch mal zurück. Ja, jetzt haben wir hier so ein Attack on Titan. Ui, es sind sogar mehrere. Ich glaube... Warum habe ich gerade... Warum habe ich gerade Majors Mars Swipes? Ich habe gerade voll die Majors Mars Swipes. Stürzt der Mond auf die Erde? Müssen die Titanen das aufhalten? Hm? Was ist das? Was ist das? Ich weiß nicht, aber... Ich weiß nicht. 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 Zwei Nebenmissionen neue. Aber ich finde es gut, dass die Nebenmissionen kommen, wenn man was äh... Ähm... Hier... Ja, ich bin froh, dass diese einfach so kommen und nicht nur immer bei Toris, sondern einfach mal so... Bei Toris habe ich auch nicht immer eine Nebenmission diesmal bekommen. Wenn wir weiter woanders montieren wird... Wie sieht homem aus? 2 1 2 3 Ach, ich hab noch meine Mission noch gar nicht. Ah ja. Riesen! Attack on Titan! Ich muss aufs Klo.